Hallo meine Liebe, hier habe ich deine Jahreslegung für die Liebe. Du wolltest eben nur wissen, wie es im Jahr 2017 in der Liebe weitergeht. Und da habe ich mir überlegt, ich lege das Ende der Liebe-Orakel aus und schaue für jeden Monat, wie es hier bei dir in der Liebe weitergeht. Ich starte gleich mit dem Januar und hier haben wir die Karten, romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Bleibe aufgeschlossen, dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Und dann haben wir, befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Das heißt, weil du ja auch geschrieben hast bezüglich Seelengefährten, Ja, also er ist hier definitiv dein Seelengefährte. Es kann auch sein, dass er so ganz anders ist als der Typ, den du bis jetzt bevorzugt hast. Also hier hast du auch die Bestätigung, dass er dein Seelenpartner ist, dein Seelengefährte und du sollst auch weiterhin aufgeschlossen bleiben, was diese Dinge betrifft. Es sind hier auch Gefühle da, also sowohl von seiner als auch von deiner Seite. Da sind einfach gegenseitige Gefühle da, aber du wirst im Jänner auch aufgefordert, dich zu befreien. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Das heißt, dass du dich ein Stück weit auch von dem Ganzen hier distanzierst. Auch weiterhin, ich weiß ja, dass du den Kontakt zu ihm abgebrochen hast, aber nichtsdestotrotz haftet dieses Thema noch sehr bei dir. Und da solltest du dich auch wirklich befreien. Klar, es ist eine Seelenpartnerschaft, es sind Gefühle da, aber im Januar wird es so sein, dass du dir zu viele Gedanken jetzt über dieses Thema machst und hier dein eigenes Leben vernachlässigst, unter Anführungszeichen. Also im Januar wird dir schon bewusst, dass hier gegenseitige Gefühle da sind. Aber wie gesagt, du sollst dich auch hier befreien und nicht dich zu sehr auf dieses Thema konzentrieren und dabei wirklich andere Dinge des Lebens vernachlässigen. Also das wird dir auch im Januar bewusst werden, dass du dich auch davon befreist und dir nicht zu viele Gedanken über sein Leben machst. Weil ich habe ja auch herausgelesen, es gibt hier noch eine Ex-Partnerin, wo es Schwierigkeiten gibt. Und da machst du dir einfach zu viele Gedanken. Du machst dir hier zu viele Gedanken, was du eigentlich nicht ändern kannst. Das ist seine Angelegenheit und du sollst dich im Januar wirklich davon befreien. Natürlich ist es klar, dass das nicht einfach ist, weil ihr eben Seelenpartner seid. Aber du sollst hier auch lernen, die Kontrolle über dein Leben wieder zurückzubekommen und nicht nur dich auf dieses Thema zu fokussieren, sondern auch, wie schon erwähnt, andere Dinge des Lebens vorangeben. Denn die Geschichte mit seiner Ex-Partnerin kannst du leider nicht ändern. Und ich denke, du machst dir da einfach zu viele Gedanken. Und du solltest dich wirklich im Januar, wird es dir auch immer mehr bewusst, dass du einfach hier dir zu viele Gedanken über dieses Thema machst. Im Februar sagen uns die Engelkarten, lass Kontrollthemen los. Erlaube diese Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Trennung. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Und des Wartens wert. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Das heißt, dass du wirklich Kontrollthemen lassen sollst, indem du vielleicht schaust, was er so macht, vor allem in den sozialen Netzwerken, was er postet. Vielleicht versuchst du Dinge zu hinterfragen, was er eben jetzt gerade macht. Das sind alles so Kontrollthemen, die dich im Februar heimsuchen werden, hätte ich gesagt. Du sollst diese Kontrollthemen loslassen. Du sollst diese Situation den natürlichen Gang geben lassen. Also, dass hier wirklich etwas in Gang kommt, ohne dass du hier versuchst, die Kontrolle über das Ganze zu bekommen. Also, dass du wirklich hier auch diese Kontrollthemen, das immer wieder hinterfragen, was er macht, vielleicht auch wirklich unbewusst. Das ist jetzt nur ein Beispiel, zum Beispiel über WhatsApp, wann er online ist oder auf Facebook. Das sind eben solche Kontrollthemen, mit denen du im Februar konfrontiert wirst. Es wird auch hier dann eine Trennung stattfinden. Also, du wirst diese Kontrollthemen auch wirklich loslassen. Es wird auch im Februar die Trennung aktiv zu ihm sein. Also, da wird kein Kontakt zwischen euch beiden stattfinden. Und wenn, dann wird er nur kurzfristig sein und man wird hier wieder in den Rückzug gehen. Und du wirst auch aufgefordert zu warten, denn göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Du hast hier leider Gottes über diese Situation nicht die Kontrolle. Das wird von oben gelenkt. Und wenn es soweit sein soll, dass ihr Kontakt haben werdet, dann wird das auch passieren. Aber du sollst hier auch die Kontrolle abgeben. Denn göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Und im Februar sieht es so aus, dass es hier eben zu einem Rückzug kommt. Vielleicht eben, dass dieser Rückzug, den du angegangen bist, schon, dass sich der wirklich bis im Februar hin so ziehen wird, dass der die Trennung zu ihm bis Februar Bestand hat. Oder wenn in der Zwischenzeit ein kurzer Kontakt ist, möchte dir diese Karte sagen, dass es dann eben wieder in den Rückzug gehen wird. Aber im Februar solltest du wirklich die Kontrollthemen loslassen. Der März sagt dir, Verlobung, dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Leidenschaft, erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Und Versöhnung, jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Das heißt für mich, dass dein Herzensmann wieder in dein Leben kommen wird. Im März. Es wird zu einer Versöhnung kommen. Ihr werdet auch eine höhere Stufe erreichen. Und es wird natürlich auch Leidenschaft zwischen euch vorherrschen. Ihr zieht euch quasi magisch an. Wenn du darauf wartest, dass er sich meldet, kann ich dir das sagen. Das wird im März passieren. Denn jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Liebesleben. Weil er ja quasi jetzt nicht aktuell in deinem Leben ist. Und du natürlich nach deinem Herzensmann gefragt hast, sagt für mich diese Karte eindeutig, dass er im März hier auf dich zugehen wird. Das wird auch sehr leidenschaftlich und ihr werdet auch sehr schöne Zeiten haben. Und ihr werdet natürlich eine höhere Stufe erreichen. Wahrscheinlich auch, weil es eben bis jetzt oder bis im Februar diesen Stillstand gibt. Man kann nachdenken, man überlegt, wie man weitermacht. Und im März ist es quasi dann soweit, dass ihr wieder Kontakt haben werdet. Und wie ich schon gesagt habe, hier im Februar, göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Und das göttliche Timing ist hier im März. Also im März schöne Zeiten mit deinem Seelengefährten und eben auch diese Versöhnung und diese leidenschaftliche Zeit. Also hier geht es dann schon in eine positive Richtung. Schauen wir uns den April an. Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Und die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Also im April ist das Thema Selbstliebe bei dir wichtig. Du sollst dich auch selbst lieben und dich nicht kleiner machen, als du bist. Aber du sollst hier auch wissen, dass die Chemie zwischen dir und deinem Herzensmann einfach stimmt. Da sind Gefühle da. Das wird dir immer mehr bewusst, vor allem ab März. Aber auch die Selbstliebe ist bei dir wichtig. Du versuchst dich immer wieder in den Hintergrund zu stellen. Aber es ist auch wichtig, dass du dich selbst liebst, denn so wirst du natürlich auch attraktiver für deinen Herzensmann. Wenn du einfach zu dem stehst, so wie du bist, dass du dich selbst so akzeptierst, wie du bist. Und dann bist du natürlich attraktiver auch für dein Gegenüber. Wenn du das nicht so schaffst, diese Selbstliebe, das ist ja klar. Aber raten dir die Engel, dich von Freunden unterstützen zu lassen, dass du hier Hilfe annimmst. Hilfe von außen muss natürlich nicht immer Freunde sein, sondern vielleicht, was weiß ich, Meditationen. Dass du Menschen aufsuchst, die hier meditieren gemeinsam mit dir. Oder einfach, die dir lernen, mehr in die Selbstliebe zu gehen. Also wenn du hier Unterstützung brauchst, sollst du diese Unterstützung suchen und auch annehmen. Aber sei dir gewiss, dass dein Herzensmann für dich Gefühle hat. Und ab März haben wir schon gesehen, geht sie in eine sehr, sehr gute Richtung. Im Mai sagen dir die Karten Past Life Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Neue Liebe, eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. In Bälde, entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommt. Das heißt, du und deinen Seelengefährten, ihr kennt euch von früheren Leben. Ihr habt früher schon mal zusammen gelebt. Das ist natürlich oft der Fall bei Seelengefährten. Es kann aber jetzt auch sein, dass im Mai jemand Neues in dein Leben kommt und deine Gefühle durcheinander bringt. Weil du dann plötzlich zwischen zwei Männern stehen wirst. Und dann wirst du im Mai aufgefordert, dich zu entscheiden. Entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommt. Wenn aber jetzt ein neuer Mann nicht in dein Leben kommt, dann wird die Liebe zwischen dir und deinem Seelenpartner wieder neu entfacht. Da werden wieder neue, positive, romantische Gefühle zwischen euch stattfinden. Das ist natürlich auch möglich. Aber weil wir hier die harte Entscheidung haben, kann es wirklich sein, dass jemand Neues in dein Liebesleben kommt, wo du dich dann einfach hier entscheiden musst. Also das ist jetzt der Mai. Dann haben wir den Juni. Wahre Liebe, dies ist die Liebe deines Lebens. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Und Hochzeit. Diese Situation hat mit Hochzeit zu tun. Auch das finde ich eine sehr, sehr schöne Botschaft für den Juni. Hier sieht man schon, dass du und dein Seelengefährte, dass das einfach die wahre Liebe ist. Das ist ja auch klar. Und ihr werdet eine höhere Stufe erreichen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du dich dann einfach für deinen Seelenpartner entscheiden wirst, wenn hier ein neuer Mann in dein Leben kommt, weil dein Seelenpartner einfach die Liebe deines Lebens ist. Und du wirst auch merken, dass du liebenswert bist. Du wirst das auch selber spüren, dass er Gefühle für dich hat. Du wirst es dann nicht mehr hinterfragen. Und ihr werdet, die Hochzeit bedeutet ja nicht immer Hochzeit in dem Sinn, so wie es hier abgebildet ist mit der Ehe, sondern kann auch eine Hochzeit sein, dass wirklich eine schöne Zeit auf dich zukommen wird. Und das finde ich sehr, sehr schön, was jetzt dich und deinen Herzensmann betrifft. Also du kannst dich wirklich ab März, ab März wird es mit deinem Seelengefährten in eine positive Richtung gehen. Vor allem hier im Juni wirst du auch selbst merken, dass es hier die wahre Liebe ist. Also ich bin begeistert. Also du musst einfach jetzt hier die ersten zwei Monate des Jahres 2017 aushaben quasi, aber ab März hat man ja schon gesehen, geht es in eine sehr, sehr positive Richtung. Der Juli sagt dir, Probleme in der Familie heilen. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Seelengefährte, ja, dies ist dein Seelengefährte. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energien zu klären. Also das heißt wieder für mich hier, dein, oder die Person, nach der du hier jetzt gefragt hast, dein Herzensmann, ist definitiv dein Seelengefährte. Aber es werden hier Probleme in der Familie geben. Das kann jetzt bei ihm sein, dass er hier Probleme mit seiner Familie hat oder auch bei dir. Und hier steht ja auch, den Eltern verzeihen, dass man vielleicht hier mit der Kindheit wieder konfrontiert wird. und dass du einfach hier dann diesen, deiner Kindheit oder diesen Ereignissen, was hier gewesen sind in der Kindheit, dass du dem einfach verzeihst. Dass hier wahrscheinlich wieder Dinge hochkommen, kann aber natürlich auch bei deinem Seelenpartner sein. Es können hier Dinge aus der Kindheit hochkommen oder aber familiäre Probleme, sowohl bei dir als auch bei ihm. Das kann jetzt für euch beide dann im Juli der Fall sein. Und dann haben wir noch, lass deinen Ex-Partner los. Das kann für dich sein, dass du hier im Juli aufgefordert wirst, deinen Ex-Partner loszulassen, weil hier eben auch familiäre Probleme der Fall sind. Oder dass das auf deinen Seelenpartner zutrifft. Du hast ja gesagt, er hängt dir irgendwie noch an der Ex-Partnerin oder da gibt es Schwierigkeiten. Und da wird er aufgefordert oder er wird im Juli aktiv seine Ex-Partnerin loslassen. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie auf dich zutrifft mit deinem Ex-Partner, sondern eher auf ihn. Denn hier ist die Seelenpartner-Karte ja gefallen. Er steht zwischen diesen Problemen. Steht er mittendrin. Und im Juli wird er sich dann definitiv von seiner Ex-Partnerin auch emotional lösen und auch diese Probleme angehen und sich auch von diesen Problemen lösen. Also ab Juli brauchst du dir hier keine Gedanken mehr über diese Ex-Partnerin machen. Sie ist Ex-Partnerin. Da gibt es Schwierigkeiten. Er steht hier mittendrin. Aber im Juli wird er das definitiv beenden. Im August haben wir die Karte Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Dann haben wir Dies könnte der Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Und Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Also hier wieder die Karte und das freut mich fast jeden Monat, wie hier so eine schöne Karte, dass dein Gegenüber einfach der Richtige ist. Da ist eine starke Anziehungskraft. Er ist für dich der Richtige. Aber im August kommen hier finanzielle Probleme. Das kann jetzt für ihn der Fall sein. Vielleicht auch wegen dieser Ex-Partnerin, von der er sich endgültig löst im Juli. Aber es können natürlich auch andere finanzielle Schwierigkeiten sein. Kann aber auch auf dich zutreffen, dass es für dich hier auch finanzielle Schwierigkeiten geben wird im August. Aber es ist eine starke Anziehungskraft. Es ist für dich einfach der Richtige. Und das sieht man ja schon. In den vorherigen Monaten war immer eine sehr positive Karte da. Das heißt für mich, er ist ein Seelenpartner. Ihr seid füreinander bestimmt. Und ihr werdet auch in eine positive Zukunft gehen. Aber im August ist halt das Finanzielle auch vordergründig. Im September haben wir dann Flitterwochen genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Und Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Also im September werdet ihr auch schöne Wochen miteinander verbringen. Du wirst hier auch aufgefordert, deine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Auch er wird dir seine Liebe im September zum Ausdruck bringen. Aber ihr werdet auch sehr schöne, tiefgehende Gespräche führen. Gespräche von Herz zu Herz. Ihr werdet hier ehrliche Gespräche führen. Ihr werdet auch über eure Gefühle sprechen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also auch hier eine sehr schöne Tendenz für den September. Im Oktober haben wir die Karten religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Dann haben wir Rückzug. Es ist zeitig von der Welt zurückzuziehen. Und wir haben Täuschung. Jemand, die dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Das heißt, dass hier schon religiöse und spirituelle Faktoren eine Rolle spielen. Es kann auch sein, dass man genau deswegen hier in den Rückzug geht. Also, dass jetzt entweder du in den Rückzug gehst im Oktober oder er in den Rückzug geht. Oder ihr beide zieht euch gemeinsam zurück. Ja, aber ich glaube eher, dass hier einer von euch beiden sich im Oktober zurückziehen wird. Aber das ist hier Täuschung. Also, das ist hier dann auch ein Schutz dieser Rückzug. Also, es sei jetzt nicht traurig, wenn es im Oktober zu diesem Rückzug kommt. Das muss jetzt so sein. Das hat auch einen spirituellen Hintergrund. Denn bei Seelenpartnern hat man ja oft auch eine sehr starke Lernaufgabe. Und oft sind Rückzüge auch ein Teil dieser Lernaufgaben. Also kommt es eben zu diesen Rückzügen, weil es einfach kommen muss und weil man dadurch dann einfach eine Schutzmauer aufbaut. Also, er kann sich hier vielleicht zurückziehen oder du, dass du dich hinter dieser Maske verbirgst oder dass ihr beide euch gemeinsam von der Welt auch zurückzieht, um Zeit miteinander zu verbringen. Aber ich würde eher hier sagen, dass dies hier jetzt wieder eine Lernaufgabe im Oktober sein wird, dass es hier zu einem kurzfristigen Rückzug kommt, weil das eben hier auch eine spirituelle Aufgabe ist. Wir haben dann noch den November. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, in Geduld zu üben. Und unerwiderte Liebe. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Also das ist jetzt ein Wendepunkt ab Oktober. Einer von euch beiden wird sich dann zurückziehen. Du wirst dir dann wieder mehr Mühe geben, aber du sollst dir auch vertrauen und dich in Geduld üben, wenn er sich wieder zurückzieht. Hier ist auch die unerwiderte Liebe. Das heißt jetzt nicht, dass er hier jetzt keine Gefühle dann mehr für dich hat, sondern die Chemie stinkt jetzt so nicht, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Nämlich, weil sich einer von euch beiden hinter dieser Maske dann verstecken wird. Und das ist natürlich, wenn sich einer von euch beiden hinter dieser Maske versteckt, natürlich stimmt dann die Chemie nicht. Das passt dann natürlich auch nicht, wenn sich einer versteckt. Ja, aber du sollst hier wirklich auch darauf vertrauen und dich dann wieder in Geduld üben, wenn es wieder zu diesem Rückzug kommt, weil schon, wie ich früher gesagt habe hier, dass ein spiritueller Weg ist, eine spirituelle Lernaufgabe auch ist. Aber vertraue dann einfach drauf und übe dich dann in Geduld. Im Dezember haben wir dann deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Vergeben und lernen, indem du die Vergangenheit loslässt, unterhalst, erfährst du mehr Liebe in hier und jetzt. Und achte auf die Warnsignale. Die Zeichen warnen dich. Also auch hier hast du die Seelenpartnerkarte. Ihr beide kommuniziert auch auf telepathischer Ebene, vor allem im Dezember. Es geht dann hier auch um das Thema Vergeben, dass man die Vergangenheit einfach vergibt und loslässt. Damit meine ich jetzt einfach die zwei Monate, wo es dann wieder zu diesem Rückzug kommt. Da wirst du aufgefordert, die Vergangenheit und alles, was gewesen ist, loszulassen und neu nach vorne zu schauen. Das heißt aber jetzt nicht, dass du ihn loslassen sollst. einfach das den Rückzug auch, weil vielleicht Verletzungen dir es gegeben hat und wir haben aber auch achte auf die Warnsignale. Also das ist hier auch schon ein Warnschuss quasi, dass du vergeben sollst, die Vergangenheit loslassen sollst. Damit meine ich nicht ihn loslassen, denn wir sehen ja, ihr habt eine gute Entwicklung, aber Oktober, November natürlich dann wieder der Rückzug und da haben wir dann die Warnkarte liegen, dass du hier wirklich dann in die Vergebung gehst und ihm dann oder zu dir selbst sagst, okay, er kann jetzt nicht anders, als wie in den Rückzug gehen, das ist eben wieder eine Lernaufgabe, aber du wirst dann wirklich aufgefordert, neu in die Zukunft zu schauen und Altes zu vergeben. Da hast du dann wirklich schon die Zeichen warnen dich, also da wirst du wirklich mit der Vergangenheit konfrontiert und damit die Vergangenheit auch loszulassen. Und alles in allem sieht diese Jahreslegung sehr gut aus. Wir haben gesehen, Jänner, Februar ist noch Rückzüge da, also andere Themen, aber ab März bis Oktober geht das in eine sehr positive Richtung. Dann haben wir zwar wieder die Rückzüge, aber wie schon gesagt, das ist eine Lernaufgabe. Er hat Gefühle für dich, er empfindet das Gleiche für dich wie du für ihn. Ihr seid einfach Seelenpartner, das täuscht dich nicht. Und natürlich das wichtigste Thema ist seine Ex-Partnerin, auch die wird er hier loslassen. Und dann geht es natürlich sehr schön weiter, dass ihr schöne Gespräche haben werdet, aber wie gesagt, hier auch dann wieder die Lernaufgaben mit den Rückzügen. Aber du kannst hier definitiv hoffen, dass es mit ihm wirklich in eine positive Richtung geht, auch wenn es dann wieder kurzfristig zu diesen Rückzügen kommt. Das ist einfach das, wo du dann hier auch daraus was lernen sollst. Aber ein sehr, sehr schönes Jahr, auf das du dich auf jeden Fall freuen kannst. Jetzt ziehe ich zum Abschluss noch eine Karte aus den Antworten der Engel Orakel mit der Frage, ob es sich lohnt, an dieser Bindung festzuhalten. Also es sieht schon so aus, dass sich das wirklich lohnt, aber ich möchte hier jetzt noch eine Zusatzkarte für dich als Zusatzbotschaft, was du quasi wissen sollst. Ja, Verfektion, nehmen wir gleich diese Karte. Suche nach einem Zeichen. Also das ist wieder das, was ich gesagt habe, dass ihr Seelenpartner seid, dass ihr wirklich auf telepathischer Ebene auch miteinander kommuniziert und du sollst einfach nach Zeichen suchen. Was immer das für dich auch bedeutet, präge dir diese Karte ein, suche nach einem Zeichen und jetzt überlege dir, was dir diese Karte sagen möchte. Ich wünsche dir ein wunderschönes Jahr 2017. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach eine Mail. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao.